Hey Leute, willkommen zurück bei Let's Play Dishonored. Ohne Umschweife geht es dann auch gleich los. Ganz schön pixelige Sonnenstrahlen hier, aber irgendwo auch schön. Ach, was für ein herrlicher Ausblick. Da möchte man gleich morgens mal in die frische Luft gehen. Fällt mir ein, hier oben waren wir noch gar nicht. Oh, was haben wir denn hier? Mehr Bücher. Ach, was soll es? Eins können wir noch lesen. Oh Gott, ich habe das längst erwischt. Okay, at the end of every year, after the last day of the month of songs, we begin the future feast. The new year has not started, and thus the time that follows is outside the calendar. A period of celebration and feasting begins, during which the younger abandon the very practices that kept them whole and healthy over the year. Many leave their homes euphoric with spirits or potent herbs. Some paint their faces over your mask or conceal themselves as they purse through their passions without reservation. When the right cosmological signs are observed and it is time for the calendar to begin anew, the sitting high overseer calls for the hymn of atonement and the future feast ends. Families return to their homes, wives and to their husbands. Enemies put down their weapons and fires are extinguished. No complaint is given for those who have wronged others, deviated from ancient codes or discarded oaths. For this time during the astrological alignment does not exist and is not recorded. The following day starts the new year marked on the first day of the month of earth, as it has always been. Okay, okay. Ja, die scheinen wohl alle ein bisschen astrologisch veranlagt zu sein. Was haben wir denn hier? Noch mehr Kohle? Mehr Bücher, mehr Bücher. Ach, sorry. Tut mir leid, ich möchte jetzt ein bisschen mehr Action, deswegen ignoriere ich jetzt mal die Bücher. Beziehungsweise ich bin mir sicher, dass wir im Zweifel hier nochmal herkommen. Könnte ich mir zumindest vorstellen, weil ich glaube, ich schätze mal, das ist ja sowas wie eine Basis hier, von der aus wir die Missionen starten werden. Und dann sollten wir hier eigentlich nochmal vorbeikommen. Okay, äh, ach ja, hier ging es glaube ich lang. Höpp. Oh, entschuldigung, ich wollte euch gar nicht unterbrechen. Oh, das hört man gerne, Master Corvo. Ja, servus, Wallace. Geht ruhig weiter, wir hören uns das mal an. Hm, okay. Oh, was haben wir denn hier? Haha, der sagtest du, du kannst einfach dein Eigentum vor mir verstecken. Das kannst du aber voll vergessen. Ich finde alles. Ich finde das irgendwie schon ganz geil, dass sich keine Sau dafür interessiert, dass ich hier im Prinzip alles am klauen bin. Ohne Scheiß, mach sowas mal in Oblivion oder Skyrim, dann. Oh, Junge. Dann hast du mal richtig ausgeschissen. Hm. Genau, hier müssen wir nämlich hin. Jetzt schaue ich aber trotzdem nochmal, ob ich noch das ein oder andere hier finde. Hm, leckerer Kuchen. Kann man sich ein Bier zapfen? Ja, Tatsache. Yay. Oh, scheiße, ich werde ein Glas drunter stellen. Jetzt warte mal kurz. Kann ich das? Kann ich ein Glas drunter stellen und ein Bier zapfen? Geht das? Äh, schwierig. Das lässt die Physik Engine nicht zu. So, reicht das? Nein. Man funktioniert das nicht. So ein Scheißdreck. Ich wollte nur ein Bier, mehr nicht. Ich schlag hier alles kurz und klein. Okay. Sorry. So, Admiral Ackbar. Äh, pardon. Fangen wir mal an. I know that assassination is dark business. But sometimes, good men have to do bad things to make the world right. Our purpose is clear. We want to restore Her Majesty's line by finding and putting Emily Caldwin on the throne. To those ends, we'll hide, act in shadow, take them apart, piece by piece. Tonight, High Overseer Campbell dies by your hand. It won't be easy. He's protected by his Overseers. An army of religious zealots. But if anyone can do it, you can. Your exploits are legendary. Campbell carries a private journal. Once you've eliminated him, get the journal. Because we think it contains Emily's location. Recovering her is obviously critical. Assuming she's alive. That's the Gist of it. Remember our cause and strike true. We're counting on you. Okay. Okay. I'll hear me right now what I'm saying. I'm just looking forward to it. Shops and upgrades. Piero can craft upgrade gear with the money you collect. Bring and collect the billboards. Piero will allow you to unlock new upgrades to buy. These services can be accessed by talking to Piero anytime. Okay. And he got caught working for our cause. It'd be good to have him back here at the help pits. Gut. Ähm. Zuerst mal müssen wir jetzt raus... Also müssen wir diesen Overseer töten. Dann müssen wir rausfinden, wo sich Emily auffällt. Und vielleicht noch seinen Kumpel hier retten. Das ist ja schon mal nicht wenig. Aber ich gehe auch mal davon aus, dass die Emily noch lebt. A, weil wir, ähm, sie ja praktisch in diesem... Äh, Traum gesehen haben. Hallo. Ich bin Callista. Ich arbeite hier für Admiral Havelock. Ich bin sorry, dass du in deinem Geschäft bist, aber das ist wichtig. Ich glaube, dass du den High Overseer töten. Das wütendige Mann. Es gibt wirklich keine Grund, dass du mir hörst. Aber mein sohn, Jeff Kernow, noch als Captain in the City Watch. Aber er ist ein guter Mann und meine einzige Familie. Okay. Der Chat in den Servant-Zirkeln ist, dass Campbell einfach die Delivery von exotischen Poison genommen hat. Und ich denke, ich weiß, warum. Mein Onkel ist nicht korruptbar, wie der Rest von ihnen. Campbell wird meinen Onkel verpösen. Du denkst, dass du ihn beschützen könnt? Du hast das gemacht, richtig? Bevor du deine aktuelle Profession hatten. Bevor du ein Assassin geworden bist. Schauen wir doch mal. Also optionale Aufgabe. Und sie ist übrigens die Nichte, von der wir in der ersten Episode gehört haben. Hm, gar nicht mal so schlecht. Ähm, ja, was wollte ich noch sagen? Genau, ich glaube sowieso, dass die Emily noch lebt, weil das ja überhaupt absolut keinen Sinn macht. Die hätten sie ja auch direkt töten können. Stattdessen haben sie sie entführt. Genau, deswegen gehe ich auch davon aus, dass sie noch lebt. Oh, und er ist... Bereit zu gehen? Oh, just give the signal. Ähm, wait a while. Ne, ich glaube, wir können eigentlich schon los. Und unser kleines Messkind wieder aufgesetzt. What? Destillerie-District. Hi, okay. Hi, Overseever. Campbell leads the city's militant religious faction and is close allied to the Lord Regent. Campbell is completely corrupt and holds the secret of Emily... ...or to Emily's location. Infiltrate the officers of the High Overseers, steal Campbell's journal and eliminate him. An ally to, ähm, Loyalist Martin is being held here. Free him and allow him to escape. Ich frage mich, ob wir ihn tatsächlich töten müssen, oder ob wir da irgendwie außen rum kommen. Weil ja angeblich muss man hier niemanden töten in dem Spiel. Schauen wir mal, ob wir das auch hinbekommen. Schauen wir mal, ob wir das auch hinbekommen. Ich frage mich, ob wir das auch hinbekommen. Aber jetzt ist es nicht so easy. So, Mission Clues updated. Okay, ähm... Ja, das ist ja im Prinzip das, was wir schon gelesen haben, oder? Oder was ist das hier? Okay, es gibt also im Prinzip hier die Citywatch, dann diese Gang und Granny Rex. Wer auch immer noch... Wer auch immer das ist. Uh, lecker, lecker Ratte. Hm. Meine Leibspeise. So. Oh. Muss mal ein bisschen aufpassen. Oh, shit. Das war schon mal ganz schlecht. Äh, okay. Kam ich da noch irgendwie weg hier? Oh, das funktioniert leider nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Hat das jetzt gereicht, um hier wegzukommen? Oh, ja. Alter, geh mir aus dem Weg. Boah. Also hier... Hier bin ich natürlich nicht richtig. Ich muss mich erstmal gerade wieder ein bisschen orientieren. Oh, Mann. Er ist mal so richtig schön in die Scheiße gelaufen hier. Oder deliveret for immediate deportation to the flooded district. Remain in position until qualified personnel have completed the removal of infected bodies. Okay. Was haben wir denn hier? Ich sehe jetzt nichts groß da drin, aber da kommen wir auch nicht rein. Ach, das ist Granny Rex Front door. Ich verstehe. Okay. Ich mache das schon richtig gern, muss ich sagen. Auch wenn es hier gerade, glaube ich, unnötig war. Weil man auch ziemlich viel so klettern kann. So. Ich will mich jetzt erstmal hier umschauen, bevor ich dann da hinten hingehe. Und wie gesagt, ich möchte möglichst niemanden töten. Deswegen... Moment, wo haben wir es denn? Crossbow? Ja. Werde ich mal die Betäubungsfeile ausrüsten. Dann schauen wir mal bei der guten alten Dame vorbei. Granny, 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 come out with me instead. Granny, 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 you can't. So, was hat denn die Dame zu sagen? Oh, Alter. Oh, schmink dich mal, bevor du mit mir redest. Alter. Oh, meine Augen sind nicht, wie sie damals waren. Hast du meine kleine Bärchen gesehen? Oh, die lieben Sachen müssen sie sterben, ohne ihre Granny. Hier, Bärchen. Hier. Oh, meine, meine, meine. Ich denke, ich habe wieder die Damen und Herren. Aber nicht so, wie ich es war. Nicht so, wie die lieben. Ich höre sie. Und sie sind auch nicht sehr polide. Und sie sind auch nicht sehr polide. Granny Rags, Granny Rags, lass uns in. Oh, well. Sie werden wieder weggehen, wenn sie wissen, was gut für sie ist. Aber was ein Bother. Use die Kiefer zur Frontdeutsch, Liebe. Du siehst, bei diesen Ruffians, wirst du? Hm. Deal with Granny Gentleman's Callers. Oh, nein. Das ist nicht ein schönes Ding. Nur Schmuck. Schmuck, 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 Schmuck. All of it. Ähm, ja. Was machen wir jetzt wohl am höchsten? Ich werde mal schauen, ob ich die von oben erledigen kann. Also, erledigen in Form von Betäuben. Alles andere wäre jetzt nicht so. Let us in, Granny. I bet you can't even hear us. She's blind. I'm deaf. We're here to do your washing. Wake up, dammit. Oh, I'll find you. So. So macht das der Profi. Ohne jemanden zu töten. So, jetzt hoffe ich, dass die irgendwas Gutes für uns hat. Dass sich das Ganze auch gelohnt hat. Oh, mein Lieber. Ich wusste, dass du mir mit diesen schmuckigen Mädchen helfen würdest. Mein braver Mann. Słuchze, Granny hat ein Geburtstagsgeschenk für dich. Ich habe es von der Aukszitter und jetzt gebe ich es dir. Geh, geht's. Es ist nach unten. Auf der Vanity. Ich glaube, dass du eine schöne Figur mit dir zackst. Erinnern wir, wie wir damals tanzen. Unsere Partys waren sogar größer als die in der Boyle-Mannor. Jeder wollte, dass sie kommen. Ja, das ist eine verrückte alte Dame. Aber ich glaube, bevor ich jetzt raufgehe, hole ich mir erstmal die Typen, die jetzt vor der Tür liegen. Weil ich mir relativ sicher bin, dass das ein bisschen auffällig sein könnte. Und ich habe mir sagen lassen, dass es auch eine Auswirkung auf das Ende des Spiels hat, wenn man die Leichen zu offensichtlich, oder was heißt Leichen, die Bewusstlosen zu offensichtlich rumliegen lässt. Das heißt, im Optimalfall töte ich jetzt niemanden und verstecke alle Körper. Was haben wir hier? Glas, ne? Ist das eine Uhre? Okay. So, jetzt wird die blinde alte Frau nochmal so richtig beraubt. Und dann kommen wir auch schon weiter. Mäh, scheiß Ratte. Ach ja, das habe ich dann auch nachgeforscht. Ratten können wir töten, wie wir gerade lustig sind. Und das höre ich ganz gerne. Denn ich hasse Ratten. Zumindest in Videospielen. Ansonsten sind die mir relativ egal. Wow, was ist denn hier? Ach, das ist das, was sie gemeint hat, die Rune. Okay. The power you obtain from runes can be used creatively, äh, creatively, to defeat enemies or move through the environment. Blink from roof to roof, äh, possess rats and fish, ähm, or slow time before rushing a group of enemies. Okay. Ich verstehe. Be careful, Corvo. They call her Granny Rags. You wouldn't recognize her real name, or even the name of her family. But an Emperor begged for her hand ones. And rich young men fought each other for her favor. I watched her consider them all, measure their worth and find them wanting. Then, she made a different choice. You're on your way to face the high overseer. The leader of a great cult, dedicated to loathing me. What will you do, I wonder? Ja, das frage ich mich auch. Und noch mehr frage ich mich, wer dieser Kerl eigentlich ist. Ob der irgendwie in der Vergangenheit mit uns was zu tun hatte und wir haben das vergessen, oder? Ja, meistens ist es ja so, in den Videospielen. So, ähm, gut, die Aufgabe haben wir jetzt schon gemacht. Aber bei Powers. Jetzt können wir mal wieder was freischalten, glaube ich. Oder auch nicht. Ich glaube eher nicht. Genau. Braucht drei Runen und ich hab nur die eine. Warte, das könnte ich machen. Vitalität. Hier könnt, ach, hier könnte ich aufwerten praktisch. Ich hab mir sagen lassen, dass Possession ganz cool ist. Da kann man noch, äh, Tiere, unter anderem zum Beispiel Ratten, übernehmen und so praktisch durch das Level kommen, ohne entdeckt zu werden. Ich glaube, das werde ich so als nächstes ausrüsten. Deswegen spare ich jetzt erstmal. Ah, das ist, das ist, ah, noch eine Rune. Okay, das war ihr Geschenk praktisch. Ich hoffe, du magst das kleine Geschenk, das ich für dich geteilt habe. Es ist das Leid, was ich konnte, um diese Lauten wegzunehmen. Jo, kein Ekt. Hm, okay. Ich bin ganz ohr. Do you remember my doctor, dear? Dr. Galvani? Now there was a clever man. He's got all sorts of nasty rat guts and disease in his laboratory. Wouldn't it be a shame if some of that mess found its way into the Bottle Street Gang's Elixir still? That'd teach him. See to it, dear. I'll find you another present, just like the first. Galvani lives on Clavering Boulevard. Or at least he used to. Those were the days. Now run off. My baby birdies are hungry. So precious. Okay, die verrückte Alter hat uns noch einen Auftrag gegeben. Und die Belohnung klingt schon ganz vielversprechend. Schauen wir mal. Okay, the Bottle Street Gang has a bootleg Elixir still inside the old Dunbury Whisky and Distillery. They're creating their own versions for Sorkov's health Elixir and selling it. Okay, und da sollen wir praktisch irgendwas reinmischen, was wir auch erstmal finden müssen. Okay. Ich rüste... Oder ich wähle die Aufgabe schon mal aus. Oh. Okay. Scheinbar werden optionale Aufträge nicht irgendwie mit dem Pfeil angezeigt oder so. Naja. Finden wir auch so. Ne gut, aber ich würde sagen, bevor es jetzt weitergeht, mache ich nochmal einen Cut. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Dishonored. Bis dann. 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 Bis zum nächsten Mal.